Hallo liebe Sternenbürger, das Jahr neigt sich dem Ende entgegen, nach der CitizenCon und dem Anniversary Sale kommt nun ein letzter Patch auf uns zu. Wie bereits im letzten Quartal möchte ich mit euch kurz die Features für 3.8 durchgehen und schauen was uns da erwartet. Unter den Locations gibt es in diesem Patch 3 Einträge. Der erste ist wohl der größte Punkt und das ist der Planet Microtec, der allerdings erstmal ohne seine Monde ins Spiel findet. Die Monde verzögern sich aufgrund der erst überarbeiteten Planetentec Version 4, da man die neuen Monde auf dem gewohnt hohen Niveau rausbringen möchte. Calliope, Clio und Euterpe folgen dann mit 3.9. Als nächstes finden wir dann die Hauptlandezone New Babbage unter den Locations, allerdings bekommen wir erstmal nur die Außenbereiche zu sehen. Die Innenbereiche sollen dann mit 3.9 folgen. Letzter Punkt bei den Locations sind die Innenräume der neuen Restrops. Die Außenhüllen haben wir ja bereits seit 3.7 im Spiel und ich freue mich umso mehr auf die neuen Innenbereiche, da diese wirklich bisher sehr toll aussehen. Bei der Künstlichen Intelligenz gibt es zwei Punkte. Da wäre zu einem die Wegfindung für NPC-Schiffe, damit sich NPCs ihrer Umgebung mehr bewusst sind. Dieses Feature macht allerdings nicht bei der unmittelbaren Umgebung Halt, sondern ist auch hochskalierbar für ein immer größer werdendes PU. Der zweite Punkt sind die fortschrittlichen Gunship-Manöver. Diese sollen es den NPCs erleichtern, bei Beschuss besser zu reagieren, um so Schaden zu vermeiden. Unter Gameplay finden wir gleich sieben Einträge. Die Fahrzeugkamera-Voraussicht bringt uns ein neues Feature, bei dem unser Blick im Coppit zum Beispiel einem aufgeschalteten Ziel folgt und bei Kurvenflügen mitgeht. Das Feature kann in den Optionen deaktiviert werden für Spieler, die es nicht möchten oder bereits ein Headtracking verwenden. Auch die Außenansicht in Fahrzeugen wurde verbessert, um besser um Fahrzeuge zu kreisen, der Bewegung zu folgen und besser auf Kollisionen mit der Umgebung zu reagieren. Somit clippt die Kamera dann hoffentlich nicht mehr so oft durch die Geometrie in der Umgebung eines Schiffes. Die Hijacked 890 Jump ist ein neuer Missionstyp, der mehrere Stufen hat. Zunächst müssen wir zu einer 890 Jump im Orbit fliegen, doch die umherfliegenden Piraten abschießen, dann an Bord des Schiffes gelangen, um weitere Piraten zu bekämpfen und wenn wir das alles erledigt haben, müssen wir noch einen laufenden Hack verhindern. All das gegen ein gnadenlos runtertickendes Zeitlimit. Diese Mission ist eine Gruppenaufgabe und bringt dafür aber auch einen großen Lohn mit sich. Auch bei den Geldstrafen ändert sich etwas in 3.8. Mit diesem Patch werden die Geldstrafen nicht mehr automatisch von unserem Guthaben abgebucht, sondern müssen an bestimmten Terminals bezahlt werden. Alternativ dazu kann man diese auch hacken und somit löschen. Beim Hacking wird man auswählen können, welche Straftaten und Vergehen man löschen möchte. Das Bergbaugameplay erhält auch einige Neuerungen. Es wird nun verschiedene Bergbaulaser geben, die allesamt verschiedene Vor- und Nachteile haben. So hat ein Laser z.B. einen höheren Energieausstoß, aber erhöht auch dadurch die Instabilität im Stein, während ein anderer Laser den Stein stabilisiert, aber weniger Energie zuführt. Die Annunciator-Panels, die wir an Bord vieler Schiffe finden werden, geben uns mit einem Blick viel Informationen über den Status unseres Schiffes. Über Hitzungen, Raketenwarnungen, Schildstatus und vieles mehr erhalten hier ein einfaches System, auf dem wir mit einem Blick alle wichtigen Informationen haben. Auch kommt mit 3.8 der Nahkampf-Winz-Spiel. Uns wird es also möglich sein, uns mit anderen Spielern zu prügeln und zu treten und auch die Möglichkeit erhalten, andere Spieler und NPCs außer Gefecht zu setzen, ohne sie zu töten. Mit einem Messer ist es im Nahkampf dann allerdings doch möglich, andere Spieler und NPCs zu töten. Ich glaube, da machen dann einige ihren eigenen Fight Club auf, aber denkt immer an die erste Regel des Fight Clubs, man spricht nicht über den Fight Club. Während des Patch-Zyklus kommen dann insgesamt vier neue Schiffe ins Spiel. Die Argo Mole ist ein Multicrew-Bergbauschiff mit drei Lasern, soll bereits zum Live-Release von 3.8 ins Spiel finden. Das Tevarian-Dropship, die Prowler, soll erst im März ins Spiel finden. Die Anvil Carrack benötigt ebenfalls noch einige Arbeiten und kommt mit einem Folge-Patch im Februar. Die Cutlass Red kommt ebenfalls nicht zum Initial-Release des Patches raus, sondern erst im Januar. Unter Waffen finden sich in diesem Patch nur zwei Waffen, der Apocalypse Arms Animus Raketenwerfer und das Bearing P6LR ballistisches Scharfschützengewehr. Neue Schiffwaffen gibt es keine. Bei den Kerntechnologien kommen wieder einige Dinge ins Spiel, die dringend für die kontinuierliche Erweiterung des Spiels benötigt werden. Mit den planetaren Wettereffekten kommen verschiedene Wetterphänomene wie Sandstürme, Schnee, Nebel und weiteres ins Spiel. Diese Effekte bewegen sich zunächst nur statisch um einen Planeten, sollen aber mit dem Ausbau dieser Technik in einem späteren Patch dynamisch werden. Das Wetter wird auch einen Einfluss auf das Flugverhalten unserer Schiffe haben und nicht nur einfach da sein, weil es gut aussieht. Mit der ersten Implementation von serverseitigem Object-Container-Streaming wird eine wichtige Grundlagentechnik ins Spiel implementiert, die für eine Verbesserung der Serverstabilität beitragen kann. Bisher ist es nur auf unseren PCs so, dass Dinge, die wir nicht sehen, ausgeblendet werden. Doch nun erhalten Server die gleiche Technik, damit können sie Bereiche, in denen keine Spieler sind, aus ihrem Speicher entfernen und so mehr Rechenkapazität zu haben für die Bereiche, in denen sich Spieler befinden. Ich bin wirklich gespannt, wie sich das auf die allgemeine Performance auswirkt. Dies ist jedenfalls eine sehr wichtige erste Implementation dieser Technik und wird in Zukunft noch weiter ausgebaut und verfeinert. Planetentechnik Version 4 bringt einige große Änderungen an den Planeten und Monden mit sich. Hierdurch wird der nahtlose Übergang bei den Oberflächendetails deutlich verbessert und es bringt auch Verbesserungen im Rendering und der Verteilung von Objekten mit sich. Auch das Wettersystem ist ein Teil der Planetentech Version 4. Für die Entwickler wird es auch einfacher, neue Planeten und Monde zu erschaffen, da hier einige Techniken eingefügt werden. Zu dem Thema gab es ja auch ein ausführliches Panel auf der CitizenCon dieses Jahr. Wie in jedem Patch gibt es dann noch Bugfixes und Optimierungen am Spiel. Das war dann auch schon wieder mein Überblick über die Sachen, die uns in 3.8 erwarten. Welches Feature freut euch am meisten? Was denkt ihr über die Verschiebungen auf andere Patches? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Wenn der PDU-Kreis erweitert wird, werde ich auch sicher einen Livestream machen und ein wenig mit euch auf die neuen Features schauen. Wie üblich gilt, wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihm ein Like und wenn ihr keines meiner Videos verpassen wollt, gebt mir ein Abo und klickt auf die Glocke für mehr News und Tutorials rund um Star Citizen. Macht's gut, bis dann! Bis dann!